Ja, und dann seid ihr Greenkeeper. Dann seid ihr Greenkeeper und habt ein 5 mm tief geschnittenes Grün. Und dann wollt ihr wissen, welche Gräser auf eurem Grün wachsen. Hallo liebe Radenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Radenfreak. Yeah! So, das hier, ihr habt gefragt, was ist das für ein Baum? Das ist, ja, umgangssprachlich eine Vogelbeere. Tatsächlich ist es eine Eberesche, eine essbare, eine essbare Eberesche. Normalerweise sind Vogelbeeren giftig oder zumindest ungenießbar. Und diese hier, diese hier, die ist essbar. Hat zumindest... Spaß! Also, die ist wirklich essbar. Noch ein bisschen sauer. Ich habe schon eine probiert. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht heute endlich um das Thema... Da? Ja. Gräserbestimmung. Gräserbestimmung im blütenlosen Zustand. Ja, Gräserbestimmung im blütenlosen Zustand ist echt ein schwieriges Thema. Ich kriege von euch tatsächlich immer wieder Fotos zugesendet von eurer Rasenfläche, von irgendwelchen Gräsern, die ihr in eurer Rasenfläche habt und die ihr eigentlich da drin haben wollt. Und fragt ihr mich, ja, was ist denn das für ein Gras? Und da muss ich leider mal antworten, ja, ist schwierig, anhand von Fotos so ein Gras zu bestimmen. Gerade im blütenlosen Zustand ist das wirklich schwierig. Ein paar Gräserarten sind, ja, sehr einfach zu erkennen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber manche Gräser, da muss man auch schon sehr genau hingucken. Und deswegen muss ich euch leider mal vertrösten. Und deshalb hier dieses Video. Deshalb möchte ich heute in diesem Video mal ein bisschen ausführlicher über das Thema Gräserbestimmung sprechen. Die, über die wichtigsten Gräser in unserer Rasenfläche, die gewünschten und auch die nicht gewünschten Gräser. Darum geht es heute. Und ich habe als Besonderheit, habe ich hier ein paar, ja, Unterlagen, ein paar Zettel erstellt, um das ganze Thema auch, ja, hoffentlich noch ein bisschen besser zu erklären. Das geht nämlich nicht so ohne die Bildunterstützung. Ich habe auch eine Tabelle, da kommen wir zum Schluss drauf, eine Tabelle erstellt, der wichtigsten Gräserarten. Und was die wichtigsten, ja, Merkmale sind dieser Gräserarten, das ist diese Tabelle. Und die könnt ihr euch tatsächlich hier, diese Unterlage könnt ihr euch tatsächlich kostenlos von unserer Homepage runterladen. Dann müsst ihr euch nochmal anmelden. Und dann kriegt ihr hier diese PowerPoint-Präsentation, dieses PDF ist es wahrscheinlich, kriegt ihr dann kostenlos zum Download. Und dann hoffentlich sind alle Klarheiten beseitigt. Also darum geht es heute in dem Video. Wir werden ein bisschen rumgehen, wir werden uns die Gräser, ich habe natürlich alle hier, fast alle, in der Rasenfläche, wir werden uns die Gräser mal anschauen. Ich werde ein bisschen was erzählen, wie man die erkennen kann und was man aber wirklich dazu braucht. Und deswegen macht das die Sache so kompliziert. Man braucht eine Lupe. Man braucht eine Lupe, die leuchtet sogar, um eben die besonderen Merkmale eines Grases überhaupt erkennen zu können, um überhaupt etwas unterscheiden zu können. Ich habe im Greenkeeper-Lehrgang, habe ich auch noch so eine kleine Lupe damals geschenkt bekommen. Da haben wir das nämlich auch ausführlich gemacht. Und da haben wir auch schon festgestellt, das ist sehr schwierig, das ist auch eine sehr schicke Lupe. Die kann man so hinstellen und dann kann man da was unterlegen. Auch echt ganz cool, um eben genau erkennen zu können, was man da eigentlich vor sich hat. Gut, also, wenn ihr sowas cool findet, gebt mir gerne einen Daumen. Und wenn ihr mehr solche Videos und überhaupt Videos vom Rasenfreak sehen wollt, dann abonniert mich gerne, freue ich mich drüber. Also, wir gehen jetzt über die Fläche und ich fange mal ein bisschen an, über Gräserbestimmungen zu quatschen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, also ich fange nochmal mit einer ganz normalen Rasenfläche an. Das ist ja hier mein Fairway 12 mm hochgeschnitten. Hier ist letztendlich eine normale Rasenfläche, wie ihr sie wahrscheinlich auch zu Hause habt. Das sind so, ja, 40 mm Schnitthöhe. Man sieht hier schon auf den ersten Blick, hier ist so ein ganz komisches, breitblättriges Gras. Hier ist ein helleres Gras, hier ist ein dunkles Gras. Hier ist so ein komisches Gras, das irgendwie so verfilzt ist. Und jetzt versuchen wir mal, hier ranzugehen und zu schauen, sehen wir irgendwelche Unterscheidungen, sehen wir irgendwelche besonderen Merkmale. Und es fängt gerade richtig an zu regnen, aber wir lassen uns hier nicht abhalten. Wir lassen uns hier abhalten. Wetter. Super. Egal. Also, kommt ran und dann schauen wir uns mal die Sache an. Ja, lieber Rasenflicks, da sind wir wieder. Es hat tatsächlich einmal heftig geregnet. Alles nass. Jetzt kommt sogar so ein bisschen durch die Wolken, die Sonne durch. Hoffen wir mal, dass das Bild gut bleibt. Ja, was macht ihr denn nun, wenn ihr eure Gräser bestimmen wollt? Ja, dann steht ihr hier oder hockt ihr hier vor eurer Rasenfläche und seht hier irgendwelche grünen Halme. Und irgendwie muss man ja anfangen. Und man fängt tatsächlich damit an, dass man sich irgendein schönes Gras hier raus sucht. Und auch das ist aber schön hier. Zupft das also hier aus der Rasenfläche und Halm raus. Und ja, dann hat man irgendwelche Halme in der Hand hier. Gut, was abgerissen. Und dann müsst ihr tatsächlich auch einfach mal auf das jüngste Blatt gucken. Was heißt das? So, das Blatt, was eben hier ganz als letztes Blatt oben rauswächst. Das ist das jüngste Blatt. Das ist hier bei diesem Exemplar ziemlich gut zu erkennen. Und ja, um jetzt nicht verwirrt zu sein, müssen wir jetzt mal ganz schnell ein paar Begrifflichkeiten lernen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt hier so ein Blatt, so einen Halm hier anschaut, dann gibt es verschiedene Dinge, die man sich anschauen muss, die man kennen muss und deswegen auch eben die Lupe. Man muss sich also einmal hier das Blatt selber anschauen, die Blattunterseite, die Blattoberseite, die sogenannte Blattspreite, das ist die Blattoberseite. Dann gibt es dann immer auf dem Blatt so eine Mittelrille. Dann gibt es einen sogenannten Blattgrund, da ist das Blatthäutchen drin. Ein sehr kleines Bestand, ein sehr kleiner Bestandteil des Grases, das sogenannte Blatthäutchen. Dann haben wir hier, da wo das Blatt jetzt um das Blattröhrchen herumwächst oder rumgewachsen ist, die sogenannte Blattscheide. Dann ein Knoten, wo dann immer das nächste Blatt herauskommt. Und auch noch eine Rifung auf den Blättern drauf. Also diese ganzen Merkmale, die muss man sich tatsächlich im schlimmsten Fall ganz genau anschauen. Bei diesem Blatt hier ist das relativ einfach. Es gibt so ein paar ganz markante Gräserarten, die man relativ einfach an ganz ausgeprägten Merkmalen erkennen kann. Das ist zum Beispiel das deutsche Weidelgras. Ich habe natürlich ganz bewusst hier rausgezogen. Das deutsche Weidelgras hat eine sehr stark glänzende Blattunterseite. Das ist wirklich, wirklich glänzend, die Unterseite. Und dann hat das deutsche Weidelgras so einen ganz ausgeprägten Kiel, so wirklich so ein Kiel wie so ein Schiffskiel, so einen ganz harten, eindeutig sichtbaren und auch fühlbaren Kiel. Und das deutsche Weidelgras hat an der Blattoberseite, also auf der Blattspreite, so wie es die Fachwelt sagt, das kann man schon nicht mehr gut sehen. Dazu brauchen wir schon eine Lupe, hat das eine Riefelung, eine sehr stark ausgeprägte Längsriefelung. So, und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann nimmt man eben die Lupe und schaut sich das jüngste Blatt an. Das ist hier jetzt gerade noch so übrig geblieben. Schaut sich das jüngste Blatt an mit der Lupe und sieht dann, hoffentlich man sieht was, dann sieht man, dass dieses Blatt gefaltet ist. Und das ist das entscheidende Merkmal. Es gibt drei verschiedene Grundarten des jüngsten Blattes. Meine Frau reicht mir jetzt den Zettel zu. Ja, es gibt also das jüngste Blatt als borstenförmiges Blatt, also es ist wirklich wie so eine Nadel, dann eben gefaltet. Da unten steht hier tatsächlich Lolium per Enne und gerollt. Also so wirklich eingerollt, ein wirklich rund eingerolltes Blatt. Und das sind die drei Hauptarten, wie das jüngste Blatt in seiner Auswuchsform aussehen kann. Und daraus leitet sich dann alles andere ab. Dann guckt man eben auf die Riefen, man guckt auf das Blatthäutchen, man schaut auf die Form. Jetzt gerade bei den Festuca-Arten, die sind nämlich alle borstenförmig, schaut man eben auf die Form des Blattes, ob die jetzt eine geschlossene oder eine offene Blattscheide hat. Und so versucht man sich dann durchzuhangeln, bis man dann mehr oder weniger sicher ein Blatt, eine Gräserart, besser gesagt, eine Gräserart bestimmt hat. Und die Lolium per Enne, ganz, ganz klare, eindeutige Merkmale. Und andere Gräser haben auch wirklich sehr eindeutige Merkmale. Wir gehen mal wieder runter auf die Fläche. Dann sieht man plötzlich hier sowas. Da. Was ist das denn hier? Dann zupft man ein bisschen dran. Und dann merkt man, wie man das hier so rausziehen kann, das Gras. So ganz fitzelig, so ganz kleine, feine Blätter. Ja, da geht es schon los. Dann sieht man, aha, also das Blatt ist jetzt so ein bisschen Lanzetten, heißt das. Wie so eine Lanze, Lanzettenförmig geformt. Und, oh ja, da ist das jüngste Blatt. Und jetzt gucke ich mir das jüngste Blatt mal genauer an. Und ich nehme also meine Lupe und schaue mir das Gras an und sehe also das jüngste Blatt. Versuche es scharf zu kriegen und erkenne, oh ja, das kommt jetzt richtig gerollt heraus. Wächst also richtig als jüngstes Blatt gerollt aus diesem Halm heraus. Und wenn ich dann auf meinen Bestimmungsschlüssel gucke, da weiß ich, gerollt, gerollt und hat ein Blatthäutchen. Oha, ich muss mal nach dem Blatthäutchen gucken. So, und schaue mir an, hat es denn ein Blatthäutchen? Es ist nicht einfach zu erkennen, sage ich ganz offen, nicht einfach zu erkennen. Man kann das so ein bisschen dann über den Finger noch ziehen, ein bisschen auseinanderziehen, weil es ja auch so klein ist und zieht man so ein bisschen das Blatt vom Stiel ab und dann sieht man da wunderbar, kann ich euch nicht zeigen, sieht man da wunderbar ein langes weißes Blatthäutchen. Und wenn man dann auf diesen Bestimmungsbaum schaut, weiß man sofort, Agrostes, Agrostes Lodonifera oder Agrostes Capillaris, schon mal völlig klar. Und jetzt muss man nur noch wissen, hat es oberirdische oder unterirdische Ausläufer? Und das kann man tatsächlich an so einer tiefgeschnittenen Fläche sehr gut sehen. In der hochgeschnittenen Fläche, also so auf 40 Millimeter sieht man das nicht so gut, aber auf so einer tiefgeschnittenen Fläche sieht man ganz genau, ob es ein oberirdisch ausläuferbildendes Gras ist oder nicht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, und jetzt sieht man zum Beispiel hier, habe ich ganz viel, ganz feine Gräser. Und wenn das so feine Gräser sind, dann ist es zu 99,9 Prozent immer eine Festuca, Festuca Rupra. Und hier liegen jetzt so etwas gröbere Gräser drin. Und jetzt finde ich hier tatsächlich hier so einen Halm und ziehe an dem Halm und merke, wie der Halm oder wie die Halme mehr oder weniger, tja, merke ich nicht, doch ja hier sieht man, wie die so ein bisschen quer wachsen, wie die so nach außen wachsen und wie man dieser Gräser wirklich relativ gut hochziehen kann. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und wenn die eben so oberirdisch hier über die Fläche kriechen und sich so hochziehen lassen, dann ist es tatsächlich das sogenannte Flechtstraußgras. Die Amerikaner haben da eine bessere Bezeichnung. Die nennen das Creeping Bendgras, also kriechendes Gras. Und das beschreibt sehr schön, wie dieses Gras jetzt hier über diese Oberfläche kriecht. Und dann ist der Fall schon klar. Gerolltes, jüngstes Blatt kriecht über die Oberfläche, hat lanzettenförmige Blattformen. Agrostische Lollieferer, Flechtstraußgras. Viel schlechter zu erkennen und viel schlechter zu bestimmen ist zum Beispiel die Poa Pratensis. Und die suchen wir jetzt mal. Wir suchen jetzt die Poa Pratensis. Denn ich habe ja eigentlich hier auf der Fläche Festuca und Poa Pratensis ausgesät. Und ich finde ganz viel Festuca, das sind diese nadelförmigen Gräser, da braucht man gar nicht lange zu überlegen. Auch sehr eindeutig. Ich finde ganz viel Lolium hier. Aber ich finde die geliebte Pratensis nicht. Die ist anscheinend hier, obwohl ich sie mit hohem Anteil hier eingesät habe. Hier finde ich zum Beispiel auch die Stolonieferer, das Flechtstraußgras. Die hier so richtig schön, flechtartig, sehr stark verfilzend in der Fläche wächst. Aber die Poa Pratensis, ich habe die hier eingesät, ist mir schon länger aufgefallen. Und ich habe das Gefühl, die ist überhaupt nicht gekommen. Auch das ist natürlich mal interessant. Da sät man ein Gras aus, nämlich die Poa Pratensis, die Wiesenrispe. Und glaubt, sie ist jetzt überall hier auf der Fläche. Jetzt schaut man sich das Gras genauer an, dieses etwas breitere Gras. Die Poa Pratensis ist ja auch relativ breitblättrig. Und das, was man hier findet, ist nur das deutsche Weilegras, Stilonium perenne. Oder eben irgendwelche Agrostis, Stilonieferer, irgendwelche Flechtstraußgras-Spots. Weil wir die Stolonen, die Wurzelchen des Flechtstraußgrases hier nicht aus dem Boden herausgekriegt haben. Aber die Pratensis, tja, da müsste ich jetzt lange suchen. Und ja, wo ist denn nun eigentlich die Poa Anua? Die wollt ihr euch auch nochmal zeigen. Da habe ich auch nochmal ein schönes Blättchen für euch. Und ich sehe sie schon da in unserem Graben, herrlich vor sich hin blühen. Da braucht man jetzt nicht im blütenlosen Zustand drauf zu gucken, sondern die blüht ja immer. Und zeigen wir euch mal den Spot hier nochmal. Hier, da ist sie, die Poa Anua. Aber was noch viel schöner ist, hier in diesem Graben haben sich denn so einzelne Gräser ganz frei entfalten können. Weil eigentlich ja der Graben frei oder sauber sein soll. Hier hat sie zum Beispiel richtig, ne, Horst bildend. Auch ein ganz wichtiges Merkmal vom deutschen Weidelgras. Hier so ein deutsches Weidelgras versatet. Wunderschön. Auch hier wieder eindeutig glänzende Unterseite, Kiel. Auch hier hat sich jetzt zum Beispiel auch hier die Agrostis so richtig als einzelnes Pflänzchen schön versatet. Wie viel größer denn so eine Pflanze hier wird, die kann man natürlich jetzt in so einem Zustand viel, viel, viel besser bestimmen. Da sieht man schon mit bloßem Auge, ob das jetzt eine Agrostisch-Ludonifera ist oder irgendwas anderes. Vor allen Dingen, wenn sie hier so über den Boden kriecht. Hier hinten ganz schrecklich die Hirse. Ein absolutes Ungras, was ja sehr breitblättrig ist. Und was vor allen Dingen immer hier diese Blüten austreibt, diese typischen Hirseblüten. Also muss man sofort rausreißen. Und hier ist sie. Hier schön in dem Moos, so richtig schön in der Feuchtigkeit. Das liebt die Poa Anua. Und da haben wir also wirklich ein typisches Poa Anua-Exemplar. Tja, und warum ist das jetzt hier eindeutig die Poa Anua? Ja, einmal an dieser ganz ausgeprägten Querrunzeligkeit. Ich weiß nicht, ob ich die euch zeigen kann. Da brauchen wir mal irgendwie so eine spezielle Makrokamera. Das Blatt hat so eine Querrunzeligkeit. Und unten die Blüte, die hat so, ja, die steht so in drei Richtungen ab. So zweiseitliche, das sind die sogenannten Nebenachsen von der Hauptachse. Und eine nach vorne. Und das ist typisch für die Poa Anua. Und das ist ein, auch finde ich, sehr einfach zu erkennen, das Merkmal. Denn, und dafür habe ich ein Blatt erstellt. Die Poa Anua hat eben drei Richtungen. An der sogenannten Spindelstufe von der Hauptachse abgehend. Und die Poa Supina, die hat nur zwei. Die geht also nur nach links und rechts weg. Und die Poa Pratensis, die blüht quasi in alle Richtungen. Also in vier bis fünf Richtungen von der Hauptachse weg. Und wenn ihr halt eben solche Rispengräser im blühenden Zustand findet, dann könnt ihr allein daran schon ziemlich deutlich erkennen, ob es eben eine Poa Anua, Poa Supina oder Poa Pratensis ist. Die Poa Trivialis ist da ein bisschen anders noch. Alle Poa Sorten haben die sogenannte Skispur. Die ich euch jetzt leider nicht zeigen konnte. Aber wenn man das Blatt, ein Blatt in die Sonne hält oder gegen das Licht hält, dann sieht man so eine helle Doppelspur in der Blattmitte. Und das ist die sogenannte Skispur, so eine Doppelrinne unter der Lupe zu sehen. Und diese Skispur ist für alle Poa Arten typisch. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich ziemlich überfordert mit den ganzen Fachbegriffen. Ich wechsle ja auch immer zwischen der deutschen Bezeichnung, Gräserbezeichnung und der lateinischen wissenschaftlichen Gräserbezeichnung, um beide Begrifflichkeiten so ein bisschen ja auch nahe zu bringen. Weil mal sagt man das eine, mal sagt man das andere. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben, ob ich jetzt nur noch die lateinischen benutzen sollte oder das so weitermachen sollte, ob es vielleicht verwirrend ist oder nicht verwirrend ist. Gebt mir doch mal ein ganz ehrliches Feedback. Zum Schluss zeige ich euch jetzt noch die Tabelle. Natürlich die Tabelle. Und da muss Martina mir noch mal das letzte Blatt geben. So, überall und fix. Ja, und das ist sie, die ultimative Tabelle zur Gräserbestimmung, zur Bestimmung der wichtigsten Rasengräser. Vorne halt die Arten, dann das jüngste Blatt, Oberseite, Unterseite und so weiter. Blattform, noch ein paar wichtige Hinweise unter Sonstiges. Die Wuchsform hier dargestellt, habe ich euch an den einzelnen Gräserarten mehr oder weniger versucht zu zeigen. Ich zeige euch jetzt noch zwei ganz besondere Gräser, die ich leider auch in der Rasenfläche habe. Das eine ist die Quecke, seht ihr gleich. Und das andere ist der Rohrschwingel, die Festuca Aronienacea, die ich leider auch an der Südkante, an meiner berühmten Südkante, jetzt immer vermehrt finde und die ich auch schon rausgestochen habe. Ja, und dann habe ich noch ganz am Schluss noch ein kleines Goodie für euch. Hier seht ihr jetzt ein Gras, was ich überhaupt nicht in meiner Rasenfläche haben will. Das ist so hellgrün, hat so dicke, breite Blätter und das will ich natürlich auch bestimmen. Und dann zupft man sich also hier auch so ein Blatt raus, nimmt sich seine Lupe und schaut sich das mal nur mal ganz kurz an und sieht eine ganz starke Blattbehaarung. Und wenn man so ein breites, hellgrünes Blatt oder Gras in der Rasenfläche hat und das ist auch noch behaart, ja dann ist es die Quecke, dann ist es zu 99 Prozent die Quecke. Da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken. Das ist hier Quecke, die hier brutal sich ausbreitet und die unfassbar schwer zu bekämpfen ist und die man eigentlich nur hier wirklich rauskriegt, wenn man das Gras totspritzt, aber jetzt natürlich die ganze Fläche hier tot. Ja, und dann ist der Frust da. So, hier habe ich meine schöne Festuca angesät und jetzt finde ich hier in meiner schönen, feinen Festuca mit meinem Rotschwinkel, finde ich hier so dunkelgrüne Blätter, die so ein bisschen dicker sind und ich gucke sie mir von unten an und sehe sofort, oh, hochglänzende Unterseite, so einen richtig ausgeprägten Kiel oben gerieft. Also dann haben sich tatsächlich doch hier die Lolium, eine dunkelgrüne Lolium, hier in meine Festuca eingeschlichen. Und direkt daneben sehe ich noch ein breitblättriges Blatt. Das ist noch breitblättriger, breitblättriges Gras. So ganz, also auch so ganz hart. Und ich bin sauer und ich versuche das jetzt hier rauszuziehen. Gelingt mir nicht, muss ich hier hingucken. Hier finde ich das Blatt auch, so ganz breitblättlich. Ich sehe schon so, oh Mann, jetzt ziehe ich mal einen richtigen, das müsst ihr ja mit dem Messer jetzt mal rausholen. Schön ist, weil ich ja das jüngste Blatt mir angucken will. Muss ich mal gucken, ob ich es kriege. Ja, so. Und habe jetzt hier dieses Blatt hier rausgezogen und suche das jüngste Blatt. Ist sehr borstig, sehr hart, sehr dick. Und hier habe ich das jüngste Blatt, das ist schon relativ lang rausgewachsen. Und da sieht man schon mit bloßem Auge, wie dieses jüngste Blatt so richtig schön gerollt aus dem Stängel, aus dem Stiel rauskommt. Ich hoffe, ich sage das richtige Wort. Also, breitblättrig, stark gerieft, kein ausgeprägter Kiel, gerolltes Blatt. Jetzt gucke ich auf meinen Bestimmungsbaum und weiß sofort, weiß sofort, agrossisch, und weiß sofort, Festuca Arundinacea, nicht agross, Festuca Arundinacea, der Rohrschwingel. Der Rohrschwingel hat sich hier in meine Fläche eingeschlichen. Ja, lieber Ralfix, ja, und dann seid ihr Greenkeeper. Dann seid ihr Greenkeeper und habt ein 5 mm tiefgeschnittenes Grün. Und dann wollt ihr wissen, welche Gräser auf eurem Grün wachsen. Und dann wird es so richtig brutal, denn ihr habt hier nur 5 mm Schnitthöhe. Und dann müsst ihr mit eurer Lupe, wo ist meine Lupe, egal, dann müsst ihr mit eurer Lupe hier auf dem Rasen liegen und versuchen, die Gräser hier auf eurem Grün zu bestimmen. Ja, das lernt man dann im Greenkeeper-Lehrgang, wie das denn funktioniert und wie das geht. So, krass. Dreckig bin ich jetzt auch noch. Ja, als allerletztes Goodie noch einmal eine Tabelle, die ich schon mal gezeigt habe und erklärt habe in einem anderen Video. Und zwar, welche Eigenschaften haben eigentlich unsere Rasengräser und welche Ansprüche. Und die Tabelle habe ich ein ganz bisschen überarbeitet, nur ein bisschen neutralisiert auch teilweise. Und da findet ihr, wenn ihr euch eben dieses PDF herunterladet, da findet ihr eben, ob jetzt eine gewisse Gräserart viel oder wenig Nährstoffe braucht, ob es ein empfindliches Gras ist, ob es breitblättrig oder schmalblättrig ist. Also, welche Eigenschaften eben so ein Rasengras hat. Und dann könnt ihr euch natürlich überlegen, welches Gras ihr schön findet und welches Gras ihr in eure Rasenfläche einsehen wollt. Und das ist so ein bisschen dann auch so, ja, die Kür der ganzen Geschichte. Wie bei Olympia. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.